Das nennt sich hier Gremersdorf. Hier ist im Osten. Heute ist der 15. November 2012. Das ist ein Balermeister sogar. Deswegen gibt es auch so ein Nachbarn drauf, so viele neue angepüffelte Häuser. Dann die Pfaden, die wohl noch lieber waren. Da zum Beispiel, das nennt schon richtig gelb. Das ist die Rapsgeberkorn. Das sieht ja eigentlich aus wie Waldorf. Das ist mehr so in den 40er Jahren. Ja, genau so. Die Aufregung noch nicht. Hier noch die Preise werden. Oder, wo man sagen, nach einem Bombenangriff. Die Strahlschuhl-Erre ist. Ich glaube, es ist ja auch ein Bombenangriff. Holz und Korb. Luftbühne und dann auch ein Scheißhaus. Da wird eine Fläche angedeckt. Also eine Luftbühne wäre nicht. So, jetzt fahren wir links rum. Schön sauber machen. Und das Tor vielleicht mal zumachen. Hier wieder Aufstierrad. Die Boden alle unter der Erde. So ein bisschen. Quasi mit dem Bergkorn. Was ist da denn? Auch noch hier. Das ist ein Grafersdorf. Ein Grimersdorf. Das ist ein Grafersdorf. Das ist ein Grafersdorf. Das ist ein Grafersdorf.